Mein Name ist Alexander Kulitz, ich bin aus Ulm, Familienunternehmer in dritter Generation und gleichzeitig Bundesvorsitzender bei den Wirtschafts-Senioren Deutschland. Es freut mich ganz besonders, dass ich heute als Botschafter für Ulms kleine Spatzen sprechen darf. Warum? Es ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Als Wirtschafts-Senioren kämpfen wir regelmäßig für die Generationengerechtigkeit. Aber Generationengerechtigkeit funktioniert natürlich nur, wenn die Kleinsten von uns und damit auch die Schwächsten von uns wirklich die Chancen eingeräumt bekommen, die sie im Leben brauchen. Es gibt leider auch Kinder, die diese Chancen niemals haben werden. Und es gibt ehrenamtliche Vereine wie Ulms kleine Spatzen, die sich wirklich auch dann darum kümmern, dass gerade diese Kleinsten aus der Gesellschaft trotzdem vielleicht noch eine Chance bekommen oder zumindest Erleichterung und auch Liebe von der Gesellschaft bekommen. Und ich glaube, dieses Engagement, das gehört wirklich gewürdigt. Und deswegen freut es mich ganz besonders, heute auch als Botschafter für Ulms kleine Spatzen sprechen zu dürfen. Und es würde mich freuen, wenn ihr alle, soweit ihr könnt, ehrenamtlich, finanziell oder in welchem Rahmen auch immer, zukünftig die Jüngsten in unserer Gesellschaft unterstützt, wenn sie ganz besonders Hilfe brauchen. Vielen Dank dafür.